Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir befinden uns im fünften Part der exotischen Gegenstände. Diese brauchen wir für 100%, am besten im Westen heißt der Erfolg. Und ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde es echt krass, dass du es immer noch durchziehst. Du gehörst zu 0,1% auf der gesamten Welt, die diesen Erfolg haben. Ja, du bist nämlich kurz davor. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Tintenfischorchideen gleich mal an. Wie gewohnt werde ich dir mehr Spots zeigen. Also mehr als 5, wir brauchen nur 5, ich zeige dir mehr. Also der erste Spot ist gleich hier bei Saint-Denis. Hier kannst du dich orientieren auf dieser Insel. Genau hier. Klick. Die zweite Pflanze findest du weiter unten. Genau hier. Hier findest du die dritte. Genau hier, weiter unten. Die ist in der Nähe der Löffler, die wir gejagt haben. Das sind Erinnerungen, ey. Das vergisst man nie. Hier findest du die vierte Tintenfischorchidee. In der Nähe, weiter unten. Hier haben wir einen legendären Fisch geangelt. Und auf dieser Insel finden wir die fünfte Tintenfischorchidee. Genau hier. Solltet ihr das Ganze nicht reichen, kein Problem. Ich zeige jetzt weitere Spots. So wie auch in den letzten Parts. Damit das auch wirklich jeder schafft. Und denk dran, hier rechts, hier gibt es auch noch den Säbel. Also den Piratensäbel, falls du ihn nicht gesammelt hast. Und dieses Boot steckt da drin. So schaut er aus. Ich find den richtig nice. Guck dir mal an. So, ich zoome mal raus hier. Riesiger Piratensäbel. Ja, kannst den hier bei Gelegenheit gleich mal mitnehmen, falls du es noch nicht gemacht hast. Hier haben wir noch eine Tintenfischorchidee. Etwas weiter unten. Hier haben wir noch eine. Und diese müsste ich, denke ich mal, reichen. Zeig dir hier noch diese. Dann müsstest du es eigentlich haben. Genau hier. Als nächstes besorgen wir uns die 5 Drachenmaulorchideen. Hier habe ich schon die erste für dich. Die wächst nicht an Bäumen, sondern auf der Erde. Und die ist jetzt etwas weiter weg. Hier bei diesem See. Hier ist auch Elysian Pool. Also die ist schon ziemlich weit oben. Ich zoome jetzt mal nochmal ganz genau rein. Klick. Ja. So schaut das Ingame aus. Hier haben wir die zweite. Genau hier auf dem Boden. Ich habe jetzt nach Gewohnheit immer schön auf die Bäume geguckt. Aber ja, die wächst natürlich auf dem Boden. Genau hier. Klick. Hier befindet sich die dritte Drachenmaulorchidee. Direkt am See. Genau hier. Auf der anderen Seite des Sees findest du die vierte Pflanze. Hier findest du die fünfte. Und keine Sorge, ich zeige dir noch mehr Spots, falls es bei dir nicht geklappt hat nach der fünften. Weiter links finden wir eine weitere Orchidee. Ja, ich muss sagen, die sind ziemlich weit verteilt. Und es gibt noch eine. Eine werde ich dir noch zeigen, falls es immer noch nicht geklappt hat. Es wäre einfach zu ärgerlich, wenn du die 100% nicht schaffen würdest. Nur weil du die Pflanzen nicht sammeln kannst. Und genau hier neben diesem kleinen See haben wir die letzte. Die ist auch echt krass versteckt. Ich habe sie zuerst nicht gesehen, weil sie hinter den Steinen war. Als nächstes machen wir den Sperlingsfrauenschuh. Die machen wir zuerst, damit wir nicht hin und her reiten müssen. Wir sind nämlich in der Nähe hier. Und hier ist der erste beim Elysian Pool. Ich zoome mal ordentlich rein für dich, damit du es 100% findest. Genau hier klick. Etwas weiter oben ist der zweite Sperlingsfrauenschuh. Genau hier. Das ist ein kleiner Fluss. Zur Orientierung. Wieder weiter oben findest du den dritten. Halte durch, wir haben es schon fast geschafft. Hier findest du den vierten. Unter Arnesburg. Hier findest du den fünften. Beim E. Also unter dem E. Den sechsten Sperlingsfrauenschuh findest du direkt hier. Beim U. Einfach weiter rechts. Also so schwer ist das eigentlich gar nicht zu sammeln. Die sind doch ziemlich nah beieinander. Es ist wirklich einfach nur eine Geduldsprobe. Hier findest du den siebten. Weiter unten. Weiter oben ist Nummer 8. Genau hier. Der neunte müsste eigentlich hier sein. Bei mir ist er nicht da. Ich zeige ihn dir trotzdem. Ich vermute, bei mir liegt es daran, dass ich abends unterwegs war. Hier waren so zwei Typen. Die haben hier einen gefesselt gehabt. Ich weiß nicht, was sie mit dem wollten. Auf jeden Fall ist bei mir die Blume nicht da. Normalerweise müsste sie hier sein. Und hier weiter oben ist auch schon die Nummer 10. Genau da. Und keine Sorge. Ich zeige natürlich noch mehr Spots. Wie du gesehen hast. Bei mir hat es auch nicht funktioniert. Also das heißt, es waren 10 Spots. Ich habe aber nur 9. Das heißt, ja. Manchmal erscheinen gewisse Pflanzen. Das gibt verschiedene Gründe. Aber manchmal sind sie nicht da. Und genau aus diesem Grund zeige ich einfach mehr Spots. Hier finden wir Nummer 11. Genau hier. Etwas weiter unten ist hier noch eine Pflanze. Hier haben wir noch eine Pflanze. Hier ist sie. Und spätestens jetzt müsstest du alle haben. Also weiter links ist hier noch eine. Und dann können wir auch schon zu der letzten Pflanze endlich übergehen. Hier haben wir den ersten Königin-Frauenschuh bei Lagras. Also wir müssen jetzt einiges nach unten reiten. Genau hier. Etwas weiter unten auf der Insel befindet sich Nummer 2. Genau hier findest du Nummer 3. Ich hatte hier auch eine kleine Quest. Auch Nummer 3. Mit dem Fotografen. Echt geile Quest. Ja, ich habe bereits jetzt alle Pflanzen gesammelt. Ich kann es echt nicht fassen. Die Quest ist endlich vorbei. Wir können das Ganze abliefern. Aber keine Sorge. Hier ist Nummer 4. Ich zeige es dir. Hier ist Nummer 4. Ich werde dir noch mehr zeigen. Ich werde dir mehr als 5 zeigen sogar. Ja, solltest du es aber auch schon geschafft haben. Dann, wie gesagt, liefere es ab. Und du bekommst endlich den Hut. Du bekommst einen ganz besonderen Hut und einen richtig geilen Revolver. Hier haben wir Nummer 5. Etwas weiter unten. Ich zeige dir noch mehr. Keine Sorge. Wirklich. Das ist so die Pflanze, nach der ich am meisten gefragt wurde. Also das ist Nummer 5. Hier ist Nummer 6. Ein Krokodil hat es beschützt. Die Pflanze ist hier gleich neben einem Krokodil. Ich muss das leider erlegen. Das arme Tierchen. Auf dieser Insel haben wir noch eine für dich. Klick. Pass auf die Alligatoren auf. Ich mache es mit Schaufelstengewehr. Einfach einen Schuss. Ja, und ich denke, spätestens jetzt müsstest du es haben. Also hier ist noch eine. Noch ein Königin-Frauenschuh. Und ja, du kannst dir die Belohnung abholen. Ich habe jetzt hier den Revolver abgeholt. Ich bin einfach nur krank. Der taugt mir richtig heftig. Ich hoffe, der gefällt dir auch. Ja, wir sind jetzt ein Stückchen näher an den 100%. Wenn du Bock hast, alles zu machen, wie gesagt, in den Playlists findest du alles bei uns. Abonniere den Kanal. Lass uns einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns in weiteren Videos. Solltest du auch die Herausforderungen machen wollen, wir haben hier alle 90 von 90. Also wirklich alle Herausforderungen. Schau dich um. Wir haben verschiedene Playlists. Und lass uns einen Daumen hoch da. Und lass uns einen Daumen hoch da.